Der Hausherr hat auf dem Wiener Naschmarkt eingekauft und nicht nur frisches Obst und Gemüse mitgebracht. Eine Küchenschabe startet ihren Eroberungszug. Kein noch so moderner Haushalt ist wirklich vor ihr sicher. Jeden kleinen Luftzug nimmt sie wahr. Ihr ganzer Körper von feinsten Sensoren übersät. Für uns Menschen ein schwer zu bekämpfender Mitbewohner. So wie sie. Mit ihren Mundwerkzeugen speichelt die Stubenfliege Fressbares ein und saugt es auf. Dank ihrer Komplexaugen hat sie eine bessere Bewegungswahrnehmung als wir Menschen und sieht eine nahende Fliegenklatsche meist kommen. Ein perfekt angepasstes kleines Wunderwerk der Natur, das überall auf der Erde bestens zurechtkommt. Auch wenn wir Menschen uns nicht immer für sie begeistern können. Während in der Küche reger Flugverkehr herrscht, wachen im Gartenhäuschen die Siebenschläfer auf. Wer sich ärgert, dass die eingelagerten Äpfel angeknabbert sind, sollte nicht immer gleich Mäuse verdächtigen. Siebenschläfer können ebenso ihren Beitrag leisten, den Hausfrieden durcheinander zu bringen. Im Sommer fressen die kleinen Nager gern Obst und Knospen. Später im Jahr mehr fettreiche Nüsse und Buchäckern, um ihren Winterschlaf zu überstehen. Tatsächlich halten Siebenschläfer in der Wildnis länger als sieben Monate Winterschlaf. Also müssen sie gut vorsorgen. Daher ernten sie die frisch gepflückten Kirschen, die irgendjemand bereits so liebevoll knabberfertig angerichtet hat. Untertitelung des ZDF, 2020